Also Leute, ich fahre hier einen echten R-König, den BWD T3. Darf euch leider nicht zu viel vom Auto zeigen, aber es ist glaube ich das einzige Modell hier in Europa und macht wirklich Spaß zu fahren. Also im Vergleich zum E6 hat er wesentlich mehr Power. Sieht richtig an und er ist sehr vergleichbar mit dem Nissan ENV 200. Auch die Armaturen sind echt hochwertig, also ist wirklich schön gemacht. Die Chinesen geben wirklich Gas, also die Ausstattung und die Ausführung, die Qualitätsanmutung, da haben sie wirklich Fortschritte gemacht. Die Chinesen geben wirklich Gas, also die Ausstattung und die Ausstattung und die Ausstattung. Die Chinesen geben wirklich Gas, also die Ausstattung und die Ausstattung. Die Chinesen geben wirklich Gas, also die Ausstattung und die Ausstattung. Die Chinesen geben wirklich Gas, also die Ausstattung und die Ausstattung und die Ausstattung.